Ein herzliches Grüß Gott aus dem Ortsteil Hart in St. Georgen, also ganz knapp bei der Amstettener Stadtgrenze, hätte ich hier ein Mehrfamilienhaus für Sie, das für sich selbst spricht. Und deswegen darf ich Sie auch einladen, sich die folgenden Aufnahmen gut anzusehen und freue mich über Ihr Interesse. Wir sind bei unserer Reise mittlerweile im Obergeschoss angelangt. Hier gibt es drei weitere Räume, die natürlich als Schlafzimmer, Wohnzimmer oder sonstigen Zwecken dienen könnten. Ja, es ist noch an mir, Tschüss zu sagen. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen, hoffe auf Ihr Interesse, viele Anfragen und tolle künftige neue Eigentümer. Mein Name ist Reinhard Lembach, ich bin von Reifersen Immobilien, Telefonnummer wäre 0664 60 527 597 90. Ich möchte Sie bitten, da ich mit viel Interesse rechne, umso mehr schriftlich anzufragen in der Internetplattform, die Sie verwenden. Ich sage vielen, vielen Dank. Halte die Daumen, vielleicht sehen wir uns ja hier, nächste oder übernächste Woche zur Besichtigung. Ich sage, vielen Dank.